Die Jahre haben uns natürlich eines Besseren belehrt. Inzwischen können wir es kaum glauben, wie kurz Sex manchmal sein kann. Heute wissen wir, Sex geht eigentlich immer, wenn man Lust hat. Dass Sex am Morgen gesünder ist als nachts, wurde sogar bewiesen. Warum wir das dachten? Weil Hollywood immer solche Märchen erzählt, die man als junger Mensch glaubt. Was wir nach dem ersten Mal wissen, das erste Mal ist eher grauenvoll. Tja, gute Frage. Und warum wir das jetzt nicht mehr denken? Weil der ein oder andere Liebhaber uns allein mal mit der Zunge um den Verstand gebracht hat. Wieder so ein Hollywood-Mythos. Heute haben wir am eigenen Leib erfahren, dem ist leider nicht so. Wir wissen aber auch, das ist völlig normal. Warum wir das dachten? Weil unsere Eltern so etwas behauptet haben. Was wir jetzt denken? Wir wollen es lieber gar nicht wissen.